Es ist das Jahr 1948, 1. April. Die Welt sieht eigentlich schön aus, bis auf das Desaster in Amerika, worüber wir einfach nicht reden, weil es ist so peinlich. Ey, ohne Witz, weißt du, wenn man seit zwei Stunden 1. H2-4 spielt und absolut kein Plan hat, was da abgeht, dann passiert das schon mal. Da weiß man schon mal nicht, wie es da so läuft, in so einem Krieg. Ja, jedenfalls, wir haben es jetzt immerhin mal geschafft, dass wir hier unsere Flughafen zurückerobern, was ich major important finde. Die Flughafen wieder in unseren Besitz gebracht zu haben. Den brauchen wir noch. Den, da, da, da. Para mi, para mo, para mi, para maribo. Para maribo. Machen wir Urlaubo. Okay, pass auf, die Ballern wir so hart weg jetzt. Pass auf, mit Duftüberlegenheit. Komm, bam, 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 Alter. Dieses Mal haben die Amis keine Chance. Dafür werde ich sorgen. Sorgen werde ich dafür. So, wo Sorgen? Ich habe Sorgen, ja. Flughafen bauen. Genau, das verteidigen wir einfach nur. Den Hafen vielleicht erobern, mit unseren gelben Boys. Ich weiß nicht, ob wir da durchkommen. Ich weiß nicht, ob wir da Luftüberlegenheit haben. Haben wir. Die Hälfte von euch mit zum Support. Also, wir haben sehr gute Luftüberlegenheit. Das sollte auf alle Fälle reichen. Bin ich mir ziemlich sicher. Ihr seht auch hier, eine nach der anderen Division sieht sich zurück. Die werden dann mit dem... Was ich festgestellt habe, die werden von den Flugzeugen immer erst nach und nach angegriffen. Also quasi immer die, die am höchsten steht von den Divisionen. Also am meisten im Kampf beteiligt ist. Sie sind ja drei Divisionen drin, aber es wird immer erst die erste beschossen, wie wir auch hier sehen. Wo die eigentlich alle drei im Kampf drin sein sollten. Gut, ist halt so. Verstehe ich natürlich nicht gar... Haben... Haben die... Haben die uns jetzt... Wieder hier zurückgepusht? Oh lau, wir haben das gar nicht erobert. Ich habe nur gedacht, wir haben es erobert, oder was? Ups. Upsi. Peinlich. Ja, nochmal. Oh, jetzt? Jetzt aber. Und nochmal. Jetzt hat aber... Jetzt haben wir es geschafft. So gut, dann bleibt ihr hier. Ihr bleibt hier. Du bleibst auch hier. Ah! Abbrechen. Die dürfen auf keinen Fall dahin vorstoßen. Solange die nicht da sind. Brauchen die Navi-Invasions, glaube ich. Ohne die Navi-Invasions wird es eine schwierige Sache. Okay, ihr habt relativ große Flotten in der Zwischenzeit. Ähm, du? Du, einige Fertigkeiten. Mindsweeper mit rein. Mindsweeper war auch immer ein sehr schönes Spiel eigentlich. Navi-Invasion-Support hier, hier, hier. In den drei Regionen. So, und dann läuft das doch schon mal. Dann hoffen wir mal, dass... Das Ganze erfolgreich... Ich weiß gar nicht, wo die hingehen, die Navi-Invasion. Geht die beide dorthin? Scheinbar. Ah, okay, gut. So kann man es natürlich auch machen. Damit werden die Navi-Invasions komplett vergeblich. Aber wir können quasi direkt den nächsten vorbereiten. Das ist jetzt auch nicht so schlimm. Aber wichtig ist nur dieser Flughafen. Ja, nochmal 2000 Flugzeuge, die wir da für uns nutzen könnten. Ich habe nur so viele Divisionen. Und ich muss auch ein bisschen gestehen... Tatsächlich ein bisschen den Überblick verloren habe ich schon wieder. Okay, wichtig nur, dass wir hier unten weiter die Stellung halten. War mit dem Flughafen da eigentlich? Den konnte man nicht ausspauen, ne? Wie machst du das hier? Versuch mal hier vorzupuschen. Richtung South Salvador. Das klappt schon mal. Da den Hafen erobern. Und natürlich auch die Gebiete. Und das nächste... Also die Navi-Invasion ist vor 100 Jahren gestartet worden. Die sind auch hier, die Schiffe und die Einheiten. Die haben aber leider schon wieder alle keine Organisation. Das ist natürlich ganz toll. Naja, ganz doch. Gott, das Zeug, was wir da alles freischalten müssen noch. Da ist seit 30 Jahren... Wartet, dass es mal benutzt wird. Ah, wir können übrigens schon 1948er Krams freischalten, sehe ich gerade. Machen wir das doch auch mal ganz nebenbei. Was ist denn mit euch hier eigentlich? Warum startet ihr nicht mal eure Navi-Invasion? Klappt nicht so richtig, oder was? Ne, klappt nicht so richtig. Aber... Pass auf. Machen wir es doch mal so. Ja, warte mal. Warum überhaupt hier? Was mache ich überhaupt da? Hallo? Warum denn da oben überhaupt? Da, hier, hier. Die drei Regionen sind es eigentlich nur. Ah. Aber die US-Flotte ist halt auch nicht ohne. Als ob dieses auch interessiert, was dann Großbritannien abgeht. Davon mal abgesehen. Gut, das Ganze anzugreifen ist etwas hartnäckiger. Könnt ihr supporten? Könnt ihr. Haben wir Luftüberlegenheit? Ja, massive sogar. Aber reicht leider nicht einfach so. Wobei hier doch... Na, fast. Nochmal hin, bitte. Ja, es hat... Sehr schön. Unsere Naval Invasion ist auch schon auf dem Weg. Die haben es jetzt dann doch nochmal geschafft, dieses Jahrhundert. So, da steigen wir auch nochmal mit um. Da haben wir nur leider ein bisschen Probleme mit der Versorgung. Weil hier beide Seiten Probleme haben, sehe ich gerade. Hier unten hat geklappt. Alle sehr, sehr gute Werte. Ohne Luftüberlegenheit hätten wir hier überhaupt keine Chance. Erste Division ist raus. Zweite Division ist raus. Dritte ist raus. Dann wird es halt bei uns. Versuchen jetzt hier einzukesseln, um hier die... ...vier brasilianischen Divisionen... ...kalt zu machen. Und der Flughafen gehört jetzt auch uns. Das ist sehr freulich. So, was ist mit euch? Was? Lol. Einfach tausend Flugzeuge ohne Auftrag. Wollen sie mich eigentlich verarschen? Ab wo wollen sie mich verarschen? Kurzen Augenblick mal schnell. Wir müssten... ...nur mal kurz wieder ein bisschen aufräumen. Wir haben ja dann doch wieder einige... ...ein paar Flugzeuge bekommen durch... ...Integrierung, Eroberung, Besetzung, Zerstörung. Das sieht man jetzt hier auch. Heavy Fighter haben wir 1300. Da sieht man auch direkt unsere massive Produktion, die wir wieder angeschmissen haben direkt. Von der 3er Serie haben wir gar nichts. Maritim, ja das Ding ist... ...wir haben ja nur Maritim Patrol. Mit dem bin ich auch relativ zufrieden. Heavy Bomber, habe ich gerade kein Interesse dran. Fighter Bomber, auch kein Interesse dran. Alle raus. Scout Planes, ja... Lassen wir mal da auf dem Papier drinne. So, was wir jetzt dann nämlich mal machen werden, ist... ...wir werden mal anfangen direkt mit Heavy Fightern. Einfach, dass wir jetzt hier mal ein bisschen besser auch die Gebiete abdecken können. Das ist aber nur ein ganz normaler Heavy Fighter, sehe ich gerade auch. Müssen wir mal gucken, ob wir da vielleicht... Die sollen einfach alle 3 machen. So, und die können das komplette Gebiet abdecken. Das ist das Schöne dran. Und was wir jetzt auch machen werden, ist... ...kurz gucken, ob wir die Heavy Fighter noch verbessern können. Wo sind denn die überhaupt da? Das sind normale Fighter. Wo sind die Heavy Fighter? Gut, dann machen wir direkt die nächste Stufe. Ne, da. Zweier Serie. Haben wir irgendwelche gebaut? Okay, Heavy Fighter. Ne, bauen nur die einen. Okay. Jedenfalls wichtig. Das ist das Ganze hier nämlich endlich mal grün. Frage ist nur, wie lange. Werden die sogar angreifen, auch interessant. Aber die Eroberung der Flughäfen war jedenfalls schon mal sehr wichtig. Und das Gute an den Heavy Fightern ist, dass die einfach auch alles machen können. Ah, lol, stimmt. Ich wollte ja die anderen noch erforschen, die, äh, Close-Air-Support Heavy Fighter. Ich erinnere mich, auf geht's, mach mal kurz hier ein bisschen Krawall. Das müsste eigentlich funktionieren, dachte ich, ne? Haben wir Flugzeuge? Ja, auf dem Papier schon, aber in der Praxis irgendwie scheinbar nicht. Oh Gott. Okay, wartet mal ganz kurz. Das waren die Boys mit der Naval Invasion. Mh. Mh. Ja. Gut. He, ist ein guter Punkt jetzt. Wohin mit euch? Neue Naval Invasions. Machen wahrscheinlich nicht so viel Sinn. Aber wir könnten mal versuchen, nach Panama und Co. vorzurücken mit euch. Mit euch? Euch? Weiß ich noch nicht. Keine Ahnung. Garrison Area, da hinten macht auch nicht so viel Sinn. Haben wir auch irgendwie schon wieder, als ob wir die Vision verloren hätten bei der letzten Aktion mal. Da müssen wir auf alle Fälle gucken, dass wir die wieder auffrischen. Die Naval Invasion, auf dem Papier ist sie auf alle Fälle in Planung. In der Praxis nicht so richtig. Ja. Naval Invasion Support auch nochmal hier mit in die Gebiete rein. Stark sind hier gar nicht aufgestellt, aber... Ich glaube, wir machen das mal kurz anders. Warten wir mal kurz alle Schiffe aus. Mal kurz alle zusammenschließen. Und zwar alle dann hier unten hin. Das Flottenmanagement oder das Flottenhandling finde ich ja bis heute ein bisschen kompliziert, sag ich mal. Wichtigste ist halt auch, dass die... Ach, ich hab das schon frei... Ach, stimmt. Lol. Ja, das hab ich ja tatsächlich Ende letzter Folge noch in Auftrag gegeben. I remember. Braunde ich mich auch remember, ist, dass wir jetzt dann einfach mal anfangen sollten, Atomreaktoren zu bauen. Und zwar nicht nur 1, 2, 3, sondern halt wirklich Atomreaktoren. Und zwar viele Atomreaktoren. Weil das Ding ist, ich weiß nicht, ob ihr das noch in Erinnerung habt, aber die Amerikaner fanden es damals äußerst lustig, uns Atom mal abzuballern. Und ich sag mal so, ich bin nicht nachtragend, ne? Gar nicht. Ich bin eigentlich jemand, der auch über sowas hinwegsehen kann und der dann auch immer sagt, okay, und das kommt vor und man kann über alles reden und so. Aber ich bin schon richtig pisst. Deswegen werde ich ein paar bauen, nicht viele. Ich hab doch eh schon welche gebaut, oder? Haben wir die schon Atomreaktoren gebaut oder täuscht mich das jetzt schon wieder? Weiß es gar nicht. So, pass auf, folgendes, folgender Sachverhalt. Produktion, wir setzen die Dive-Bomber aus. Wir setzen die normalen Fighter aus. Wir setzen Maritime Patrol nicht aus. Die lassen wir tatsächlich. So, Heavy Fighter, okay. Dinger, okay. So. Damit wir jetzt Heavy Fighter-Bomber bauen können. Genau, das sind die Boys, die auch echt stark mit Ground-Attack sind. Ah, nur leider etwas zu teuer, um die zu verbessern. Hier palpieren wir mal die Produktion. Da schrauben wir sie schön hoch. So, Heavy Fighter-Bomber und Heavy Fighter. Wir werden die Produktion langfristig noch erhöhen. Sobald wir Zeit dafür haben. Gut, aber die anderen Flugzeuge, die wir hier haben, die können wir natürlich auch noch nutzen. Wäre natürlich dumm, wenn wir das nicht machen würden. Weil die Heavy Fighter aktuell schon nicht schlecht sind. So. Gucken wir nochmal, ob wir da durchkommen. Ich habe gesagt, bergen, wir haben mal das Ziel. Mit massiver Luftüberlegenheit. Aber die sind so eingebuddelt da und so eingestellt. Ihr seht das ja. Wir arbeiten uns so schnell auf hier an den Stellungen von denen. Das ist eigentlich nicht lustig. Und dann greifen sie uns an. Aber der einzige Vorteil bei uns ist natürlich eben auch wieder unsere Luftüberlegenheit. Wie ist denn das hier eigentlich? Du bist das. Machen wir das jetzt anders. Machen wir mit Battle Premiporation Bonus mal. Ihr wisst, wie es ist. Ah! Unsere Devon Invasion startet auch mal. Interessanterweise. Sehr schön. Können wir uns hier weiter oben hin vorarbeiten langfristig. Auch wieder freie Dockyards. Das sind aber nur drei Stück. Quicken drei Stück machen wir jetzt hier. Kein Drama. Schaut es eigentlich flugzeugtechnisch aus bei den Amis. Um die 25.000. Ich glaube wir haben ein paar mehr in den letzten zehn Jahren gebaut. Egal. Passt schon. Amerikaner haben natürlich relativ viele Flugzeuge im Feld. Ist natürlich ganz logisch. So. Da haben wir jetzt auch zehn von zehn. Er ist schon wieder beschossen. Die geben mir auf den Sack mal was. Echt, ne? So. Heavy Fighter Bomber 36. 40. Was auf. Ich nehme mal ein bisschen hier das Zeug updaten. Da ist schon wieder so viel altes Zeug dabei. Ich weiß noch nicht mal woher. Ja. Das ist dieses uralte Zeug halt, ne? Ja. Die. Weiß. Das ist dumm. Ich könnte es irgendwelchen Freunden schicken und so. Klar. Könnte man das machen, aber. Kommen denn die alle her? Er beutet oder was? So. Das ist noch das alte Zeug. Okay. Jetzt haben wir nur noch das neueste Zeug. So. 190 politische Macht. Gut. War. Propaganda. Das ist erstmal nicht dumm. Dann schauen wir wieder was wir hier ressourcentechnisch zu upgraden können. Öl haben wir ja eigentlich mehr als genug. Wir haben einen zäglichen Zuwachs von 167.000. Hat noch nie einen höheren Verbraucher als 136.000. Wir machen Wolfram und Aluminium. Chrom, Aluminium. Das ganze Zeug da. Ressourcentechnisch schaut supidupi aus eigentlich trotz allem. So. Und ihr bleibt mal ein paar. Ihr passt mal ein bisschen auf glaube ich langfristig. Weil ich bin relativ angewidert von euch zur Zeit. Das heißt ihr müsst damit rechnen, dass ich Atomwaffen einsetze. Langfristig. Jetzt schauen wir erstmal, dass wir unten weiter hinkommen. Dann würde ich ganz gerne mit euch das hier obern. Flugzeuge haben wir keine mit dabei. Aha. Okay. Ich verstehe. Leider. Weiter. Weiter, weiter, weiter. Heavy Fighter. Tausendmal euch. Blup. Und. 400 mal die Heavy Fighter Bomber. Da sind sie endlich. Endlich einsatzbereit. Leider müssen wir die Heavy Fighter Bomber noch ein bisschen upgraden. Haben es aber grundsätzlich schon mal eine bessere Range. Als das normale Zeug. Wie wir sehen können. Aber trotzdem müssen wir das ganze noch upgraden. So. Jetzt haben wir hier deutlich die Luftüberlegenheit normalerweise. Äh. Okay. Sao Salvador ist so eher nur noch ein Spaß zur Verteidigung. Oder was? Kurz Truppen verschieben. Warum schon wieder nur brasilianische Flugzeuge hier? Warum keine von uns? Jetzt hat... Ah. Sehr schön. Jetzt hat... Jetzt hat... Ja, ja, ja. Jetzt hat... Jetzt hat... Passt. Sehr schön. Aber es ist halt eben nur wissen, wie man seine Einheiten unterbringt. Gibt es eigentlich noch irgendwas Interessantes? Ich schaue häufiger nach. Synthetische Ressourcen. Oder irgendwie Fabriken. Ich glaube, wenn wir das einfach so lassen, ist es einfach nur die politischen Machtpunkte mitnehmen, die wir da nutzen können für Warsupport und so ein Krams. Das ist, glaube ich, die bessere Lösung. Hier geht man dort mit hin. Die da unten haben keine Chance. Sie wissen ja auch, was hier entblüht. Wir wollen sie einkesseln. Okay, die Never Invasion ist offiziell gescheitert. Komm vor. Sollte natürlich nicht unbedingt vorkommen, aber ist vorgekommen. Sehr enttäuschend. Fade-Marmelade. Die Briten das da so hart verteidigen könnten. Wir werden auch jetzt tatsächlich, denke ich mal, dass es das erste Mal wird, dass wir hier wirklich... Warte mal kurz. Never Invasion nochmal stoppen. Ich denke mal, das wird doch das erste Mal sein, dass wir hier wirklich Carrier nutzen werden in diesem Projekt. Ah, Commandee. Commandee, okay. Acht Divisionen dorthin. Nochmal sieben Divisionen dorthin. Und dann nochmal vier Divisionen mit dorthin. Und dann nochmal eine Division mit. Ah, Leute, da waren ja auch noch 28. Ach, schisch. Hab ich ja komplett vergessen. Äh, vier Divisionen. Da drüben fehlen uns auch schon wieder ein paar. Zwei und eine. Einer dorthin. Eins und zwei. Geben jetzt aber irgendwelche Trades. Das sind übrigens unsere Boys in Asien. Die gibt es auch noch, tatsächlich. Unsere asiatische Front. Die darf man mal kurz pausieren. Genau wie unsere gelben Boys. Ich werde alle vergessen. Dürfte auch immer wieder alle pausieren. Macht mal ein bisschen Pause. Alle mal ein bisschen chillen. Meine Manpower geht eh in den Keller runter. Nach und nach. Muss man nicht übertreiben. So, wie dann dauert denn die Atomforschung eigentlich noch? Weiß das einer? Nicht so wirklich scheinbar. Äh. Dann machen wir. Dann machen wir weiter mit. Das dauert noch 159 Tage. Äh. 159 Tage für eine kleine Atomwaffe. Man kann es auch echt übertreiben zeitlich. So, dann holen wir uns den Hafen hier. Von zwei Seiten. War eigentlich der Plan. In der Praxis hat es nicht so ausgeschaut. Support. Ist nicht so einfach. Sieht doch mal alles einfacher aus, als es dann am Ende ist. Könnt man gerne trainieren. Übrigens nebenbei. Würde euch auch nicht schaden. Das ist, äh, interessant. Kurz pinnen. Dass die gar nicht weiter auf dumme Gedanken kommen. Gut, danke schön. Da ist zum Glück noch rechtzeitig reagiert. Das hätte jetzt auch in die Hose gehen können wieder. Also die Amis kriegen wir hier auf alle Fälle aber nicht weg. Leider. Schaut es hier aus. Haben die Brasilianer Flugzeuge technisch nachgelegt? Nö. Es ist in der Zwischenzeit alles grün hier. Gut. Gut. Das ist gut. Flugzeuge sorgen auch also wirklich massiver Schaden. Das ist also, war eine gute Erneuerung. Oder gute Investition, die wir hier getätigt haben. Mit unseren... neuen Flugzeugen. Also so viel Schaden, wie die denen zufügen, das ist unnormal. Ah, die wissen auch langsam, was ihnen blüht, glaube ich. Ich glaube, die sind nicht ganz dumm. Die wissen schon, was ich vorhabe. Bei Zivilfabriken haben wir aktuell nicht. Da wird sich da auch nichts dran ändern, da ich ja aktuell nur Atomfabriken baue. Aber ich sehe, dass es geht relativ schnell. Bis wir die Atom-Dings erforscht haben, haben wir schon die ersten 100 Atomreaktoren stehen. Und dann brauchen wir... Was waren die Dinger zum Abwerfen von Dings? Mit ihr strategische Bomber, naja. Das heißt, äh... Strategische Bomber. Habe ich überhaupt strategische Bomber? Freigeschaltet. Warte mal ganz kurz. Mediumbomber. Was sind da jetzt die strategischen Bomber? Das ist ein Heavyfighter. Das ist ein Mediumbomber. Mediumbomber, blablabla. A Twin English for many years to come. Logistics strikes. Navy strikes. Enemy military targets in major cities will win the next war. Das... äh... strategisch. Ich glaube, dass das hier die Dinger sind. Ich glaube, das hier sind die Mediumbomber... äh... die strategischen Bomber. Das sind taktische Bomber. Denke ich mal. Wir werden es ja rausfinden, sobald ich sie freigeschaltet habe. Das ist ja einfach nur Divebomber-Gedöns. Ja, und langfristig müssen wir gucken, dass wir dann wahrscheinlich die Jet-Tactical-Bomber und so nutzen, ne? Ground... Ja, wobei... Ground Attack 25. Ground Attack gar nichts. Also der würde sich anbieten. Er hat auch ganz gute Werte. Das wäre dann quasi unser All-in-One-Jet. Aber der dauert noch ein paar Jahre, bis wir da hinkommen. Gut, dann schalten wir erstmal die... Warum greift die hier an? Das habe ich nie befohlen. Das wüsste ich, wenn ich das befohlen hätte. Ist das befohlen, dass jemand angreifen soll? Ich glaube nicht eigentlich so. Nichtsdestotrotz, wir machen jetzt folgendes. Und zwar... Attacke. Support. Attacke. Kesseln die ganzen Truppen da ein. Und gehen hier jetzt, wie schon angekündigt, auf euch. 70 Tage dauert das Ganze. Immer noch schneller als unsere Atomwaffen. So, dann hätten wir euch hier alle eingekesselt. Damit können wir jetzt schon mal direkt folgendes machen. Schritt 1, Schritt 2. Ja, geht jetzt relativ schnell alles. Ja, die versuchen sich natürlich jetzt hier nochmal zu halten. Das müssen wir auch unterbinden. Jawohl. Dann macht die mal direkt alle weg hier. Und damit sind hier alle dem Untergang geweiht. Wichtig ist, dass wir am Ende irgendwann mal weniger Verruste haben, wie unsere Gegenspieler. 5,97 Millionen. Okay, vergesst es. Okay, wir haben ja auch schon hohe Verruste. Der dritten 6 Millionen Mann ist eigentlich relativ ungewöhnlich, dass wir so hohe Verruste auf unserer Seite haben. Aber unsere Feinde sehen noch ein bisschen schlechter aus aktuell. Können wir nochmal einen Flughafen bauen? Ja, sehr schön. Machen wir das auch gleich. Sonst irgendwas, was wir bauen können. Infrastruktur oder so. Radarstationen. Könnten wir eigentlich auch generell nochmal mehr bauen. Und die R. Okay, Boys. Wie schaut es bei euch aus? Versuchen wir es nochmal dahin zu kommen. Weiß ja nicht genau, warum das nicht klappt. Was da das Problem ist. Aber es wird bestimmt einen Grund haben. Organisationen ist eigentlich super. Vielleicht wurden die letztens von einer Armee abgefangen oder irgend sowas in der Art. Ich weiß es nicht. Oder von einer feindlichen Flotte. Kann natürlich alles sein. Hier noch irgendwas Sinnvolles, was man ändern könnte. Für Flugzeuge. Heavy Aircraft Design. Ich glaube, ich habe mir gerade meine Antwort hier gesehen, oder? Strategic Bomber. Heavy Bomber. Ja, also scheinbar sind die schweren Bomber die strategischen Flugzeuge. Okay, jetzt schauen wir mal, ob das dieses Mal ein bisschen besser klappt. Oder wenn nicht, was da das Problem war letztes Mal. 91. Habe ich hier nur eine One-Ding-Offensive gemacht oder was eigentlich? Ich sehe es halt auch nicht. 92. Ja, es ist auf alle Fälle hart umkämpft hier. 93. Ne, das müsste aber eigentlich klappen. Also eigentlich sollte das klappen dieses Mal. Vielleicht war letztes Mal einfach wirklich irgendwo ein Problem mit Reservetruppen oder irgend sowas. Oder dass da die Schiffe uns abgefangen haben. Irgendwas Nerviges, was da eigentlich überhaupt nicht brauchst. Naval, meine Freunde, Naval. 1944 steht rein theoretisch noch offen. Natürlich alle Upgrades für unsere Flotte. Fehlt auch noch alles. Machen 1944er Carrier. Service Manpower, 5.500 Mann. Das ist schon relativ teuer. 94. Ja, das ist ja auch trotz allem wirklich ein hartes Ding weiterhin. Es ist nicht so, dass es auf 5 Sekunden durch ist. 95. 96. Und die ersten Schiffe ziehen sich wieder zurück von uns. Ah, hat es damals... Also, das Ding ist, die halten so lange Stand, dass sich ein Großteil unserer Schiffe zurückzieht, unsere Einheiten zurückziehen muss. Und schaut euch das mal an. Ja, das ist es. Tatsächlich 98. Zwei Tage. Einen Tag noch. Ah, nee, das sollte klappen. Jawohl, okay, hat geklappt. Sehr schön. Sehr, sehr nice. Dann rückt direkt mal weiter mit vor. Dass wir die Insel komplett im Besitz bekommen. Infrastruktur ist schon auf Maximum. Flughafen ist gar keiner da. Versorgung, naja. Mal Hafen ausbauen wahrscheinlich. Eine einzelne britische Division hat das Ganze da verteidigt, als ob wir Leben davon abhänge. Gut, tat es auch zum Teil. Also, die haben wir hier alle umgebracht. Sehr erfreulich. Kurz gucken, wer ist denn das hier für Armee 12? Das ist Armee 12. Lassen wir euch mal einfach angreifen. Wer ist noch hier außer Armee 12? Wer ist das hier? Armee 13. Die ist aber gesplittet, leider. Armee 13 schicken wir mal komplett hier hin. So, dann haben wir... Pass auf. Das machen wir weg. 17. 17. Division, Armee 1. Armee 1 ist das hier. So, das ist Armee 4. Wo ist Armee 4? Ist Armee 4 hier? Armee 4 ist da. Hat nichts zu tun. Ich habe hier eine rote Armee stehen. Ich weiß aber nicht, welche das sind. Das ist Armee 20. Das ist Armee 20. Wir löschen euch mal. Klingt jetzt wieder total hart. Ich lösche euch. Ihr haltet euch einfach mal in der Reserve zurück. So, genau. Ihr chillt da einfach weiter. Die chillt da auch einfach weiter. Das passt eigentlich soweit alles. Und wir haben 16 neue Panzerdivision. Die wir zum Glück nicht alle auf den Haufen stellen, weil es total ineffizient ist. So, was auch total ineffizient ist, ist die Tatsache, dass ich irgendwo Navinvasion nochmal höre. Das ist aber hier in Ordnung. Das ist einfach nur wieder Navinvasion. Die können wir aber abwehren. Wir müssten nur aufpassen, dass wir halt den Hafen hier nicht verlieren. Und nächste Folge sind wir dann auf alle Fälle auch in der Lage, Atomwaffen zu nutzen. Normalerweise. Und auch unsere Medium Bomber sind dann soweit. Oder unsere strategischen Bomber, die wir dann auch brauchen für die Atomwaffen. Im gleichen Umkehrschluss. Konstruktionstechnisch haben wir in der Zwischenzeit unfassbar viele Atomreaktoren jetzt schon gebaut. Wir haben erst angefangen mit dem Bauen. Aber Leute, wenn ihr wüsstet, was euch erwartet. Wenn ihr wüsstet, was euch erwartet, Amerika. Das wird der größte Nuklearkrieg in der Geschichte der Nuklearkriege. Die gesamte Erde wird unbevölkerbar besitzt für die nächsten 10 Milliarden Jahre. Wenn ich mit euch allen fertig bin. So, danke, danke. Okay, hier oben haben wir alles erobert. Infrastruktur passt. Hafen bauen wir nochmal einen hin. Flughafen wird auch gebaut. Freunde, es ist natürlich ein bisschen zäh jetzt aktuell alles. Aber wir arbeiten dran. Könnt ihr sogar noch eine Fertigkeit mit verleihen hier. So, jetzt schauen wir mal, wie es ausschaut mit Battle Plan Preparation Bonus. Eine gezielten geplanten Offensive und Luftüberlegenheit. Das sieht deutlich besser aus. Dann haben wir auch endlich mal Norwegen erobert nach 100 Jahren. Folge ist ein bisschen länger geworden, weil ich bin ein netter Käfer. Und deswegen bis zur nächsten Folge. Macht's gut. Tschüssi.